Hey Leute, mein Name ist EpicStun und mit dabei ist heute die Katja. Hallo! Wir befinden uns hier in unserem richtig doll süßen kleinen, ne, Erdhäuschen. Wir haben leider nicht ganz so viel Erde und haben hier richtig viele Löcher drin. Wir müssen das alles hier mal zubauen. Ja, sollten wir echt mal machen. Das sieht echt nicht so schön aus. Hier sind unsere zwei Betten. Dann haben wir hier noch ein ganz kleines Lager, was absolut leer ist. Und hier ein Tisch mit zwei Stühlen. Oh nein, das ist alles, was wir hier haben. Und gegenüber wohnen die richtig doll reichen, ne, Gold-Skins. Was ist denn da los? Die Straße ist hier in der Hälfte, ne, geteilt. Wir haben hier unsere Erdseite und hier gegenüber die Goldseite, auf die wir nicht drauf dürfen. Kato, du darfst da nicht drauf! Wenn die das sehen, kriegen wir richtig doll viel Ärger. Schau mal, die haben hier sogar Wände aus Gold, deren kompletten Häuser bestehen aus Gold. Und wir haben hier nur ein komplettes Erdhaus. Was ist denn da los? Und hier sind unsere Nachbarn. Wir haben hier super, super doll viele Erdhäuser nebeneinander. Was ist das denn? Hey Nachbarn! Wie geht es euch heute? Uns geht es sehr gut. Wie geht es dir? Wir haben heute etwas Großartiges erreicht. Wir haben unseren ersten Gold-Nugget. Glückwunsch! Ihr habt einen Gold-Nugget. Oh, der ist richtig, richtig doll viel wert. Wie sieht es bei euch aus? Wir haben absolut ganz und gar nichts. Nein, 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 nein. Wir haben keinen Gold-Nugget. Wir haben auch keinen Gold-Inget und schon gar keinen Gold-Block. Unsere Taschen sind komplett leer. Wir haben hier nur unsere Erdhäuser. Wir haben nicht mehr Erde. Ja, und das Haus sieht ja auch nicht so perfekt aus. Also, wir müssen da echt irgendwas dran tun. Naja, Epic. Unser Ziel ist es auf jeden Fall, auch mal in so einem Goldhaus zu wohnen. Ja, das wäre so, so nice. Auch so ein Goldhaus zu besitzen. Oh, naja. Das schafft ihr. Wir sehen uns bei der Arbeit. Ja, ja. Wir sehen uns bei der Arbeit. Und zwar, Katja, müssen wir hier hinter unserem Häuschen super, super, super doll viel Erde abbauen. Umso mehr Erde wir abbauen, umso besser. Denn wir haben hier einen kleinen Händler. Der befindet sich direkt hier auf der Grenze zwischen den Goldhäusern und hier unseren Erdhäusern. Hallo, Händler. Und bei dem Händler können wir nämlich schaufeln, spitzhacken und, naja, ein paar Zwiebeln. Einen karamellisierten Apfel für 15 Erde. Nein. Dann haben wir noch einen Fischkuchen für 20 Erde. Ich habe lange Hunger, Epic. Oh, oh. Ich bin ganz ehrlich mit dir. Aber das wichtigste, Katja, was wir beim Händler kaufen können, ist hier das Gold. Für 128 Erde können wir uns ein Goldnugget kaufen. Das ist sehr viel. Wenn wir 128 Goldnuggets haben, können wir uns einen einzelnen Goldinget kaufen. Wenn wir 128 Goldingets haben, können wir uns ein Goldblock kaufen. Und wenn wir davon wiederum 128 haben, können wir uns hier den goldenen Schlüssel kaufen. Und wenn wir den goldenen Schlüssel haben, also super, super, super doll viel Erde abgebaut haben und dadurch super, super viel Gold erhalten haben, können wir uns tatsächlich mit dem Schlüssel hier ein Goldhaus aussuchen und können selber in dem Goldbereich leben. Das ist so, so doll cool. Aber dafür müssen wir richtig, richtig, richtig doll viel Erde abbauen. Und wir brauchen zusätzlich Erde, um uns natürlich auch eine Schaufel zu holen oder auch ein bisschen was zum Essen. Okay, dann würde ich sagen, Katja, wir gehen als allererstes ganz, ganz, ganz viel Erde abbauen. Ey, ich hab so Hunger. Wir müssen mir erst mal was zu essen kaufen. Oh nein, du hast Hunger. Ja, 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 okay. Dann bauen wir auf jeden Fall erst mal Erde ab und holen wir uns. Soll ich unser Haus abbauen? Nein, nicht unser Haus. Da müssen wir drin wohnen. Anstatt, dass wir auch ein bisschen Erde verkaufen, können wir vielleicht auch unser Häuschen ein bisschen reparieren. Okay, wir haben nicht mal eine Schaufel und schon gar keine Stein- oder Eisenschaufel. Oh nein, das dauert so lang und wir müssten einfach die ganze Zeit hier jetzt Erde abbauen. Ich hab schon 15 Erde und wir brauchen 128 Erde für ein Gold-Ingot. Und unser Nachbar hat tatsächlich schon ein Gold-Ingot. Was ist denn da los? Ey, wenn ich hier für mich reiche, muss man aber erst mal was zu essen kaufen. Oh ja, warte, warte, warte. Ich hab 38 Erde. Ich kaufe mir auch ein bisschen was zum Essen. Und wenn die Erde reicht, hol ich mir auch noch eine Schaufel insgesamt. Das werden wir jetzt auf jeden Fall hier wieder zum Händler. Wir müssen sehr doll gut aufpassen, dass wir auf jeden Fall hier nicht die Goldseite berühren. Sonst kriegen wir sehr, sehr doll viel Ärger. Ich hol mir als erstes eine Schaufel. Die kostet 10 Erde. Wir könnten uns Zwiebeln holen. Oh, das gibt gar nichts. Da hast du ewig lange Hunger. Ich hol mir, glaube ich, für 15 einen karamellisierten Apfel. Der ist schon sehr doll teuer. Jetzt habe ich nur noch 12 Erde. Ich hol noch eine Schaufel für dich, okay? Ja, danke schön. Schau mal, schau mal, schau mal. Hier deine Schaufel. Dann habe ich hier einen karamellisierten Apfel und eine Zwiebel. Oh nein, und wir haben noch zwei Erde übrig. Aber dafür haben wir auch Schaufeln. Damit sollten wir ein bisschen schneller die Erde abbauen können. Guck mal, das kommt. Ich habe sogar 4 und 6 und 6. Das hat sogar gelogen. Dankeschön. Das bedeutet, wir können uns sogar schon den ersten Gold-Inget holen. Und ich habe schon ein bisschen Hunger. Warte, warte, warte. Ich esse mal meine Zwiebel insgesamt. Und die Zwiebel bringt fast gar nichts. Warte, warte, warte. Die ist richtig doof. Dann kann ich meinen Apfel essen. Ja, der bringt auf jeden Fall etwas mehr. Sehr gut. Okay, dann können wir jetzt zum Händler gehen. Und wir können uns jetzt tatsächlich den ersten Gold-Nugget für 128 Erde kaufen. Jetzt haben wir nur noch 5 Erde übrig. Wir bräuchten jetzt noch 127 Gold-Nuggets für ein Gold-Inget. Und dafür brauchen wir wieder 128. Und dann haben wir erst einen Gold-Block. Das ist unfassbar teuer. Okay, wir müssen wirklich unendlich viel Erde dafür abbauen. Damit wir uns eines Tages den goldenen Schlüssel leisten können. Und hier drüben auf der richtigen coolen Goldseite ein Häuschen bekommen. Dann wird die Erde hier noch abgebaut. Hier unten haben wir Stein. Aber hier können wir noch ein bisschen tiefer gehen. Ja, ja. Hier können wir die Erde noch abbauen. Ich habe, Karte, tatsächlich schon mein ganzes Imitar voll. Ich habe auch so viel. Bis auf einen Stack. Da brauche ich auf jeden Fall noch ein bisschen Erde. Damit ich dort auch 64 Erde habe insgesamt. Das ist auf jeden Fall noch eine Schaufel. Die ist bei mir schon längst kaputt gegangen. Wir haben auf jeden Fall schon sehr, sehr viel Erde abgebaut. Okay. Wenn mein Imitar voll ist, können wir auf jeden Fall alles, alles, alles verkaufen. Dadurch sollten wir auf jeden Fall einige Gold-Nuggets wiederbekommen. Und mein komplettes Imitar ist mit Erde voll. Ich warte noch, bis eins auch voll ist. Sehr gut, Karte. Und dann können wir unsere beiden komplett vollen Imitare verkaufen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay. Ich bin sehr gespannt, wie viel Gold-Ingots wir dadurch bekommen. Und hallo, Händler. Moment mal. Das wird alles verkauft. Bitte ein Gold-Nugget. Einen habe ich. Dann kann ich noch einen kaufen für zwei Stacks. Dann kann ich noch einen kaufen. Und dankeschön, Karte. Wir haben jetzt insgesamt 36 Gold-Nuggets. Okay, wir brauchen ja noch ein bisschen mehr für das erste Gold-Ingot. Okay. Das ist aber schon sehr, sehr doll viel. Wenn man bedenkt, dass unser Nachbar erst einen einzelnen hat. Okay. Wir haben richtig vorgelegt. Das stimmt. Die kommen hier alle in die Kiste rein. Sehr gut. Und 37 haben wir schon. Und Karte, es ist tatsächlich super, super, super doll dunkel. Und ich bin auch tatsächlich schon sehr, sehr müde. Ich mache hier vorne zu insgesamt. Und wir können uns in unser Bettchen legen. Gute Nacht, Karte. Schlaf gut. Gute Nacht. Schlaf gut. Räumen was Schönes. Voll unserem Gold. Karte, hast du was gehört? Das ist eben unsere Kiste. Wer bist du denn? Stehen bleiben, stehen bleiben. Nein, nein, nein. Wo geht er denn hin? Das ist ein Erzkin. Er war an unserer Kiste. Wo geht er denn jetzt entlang? Er hat einfach was bei unserer Kiste geklaut. Was ist denn da los insgesamt? Oh nein, nein, nein. Nein. Wohin geht er? Und ich bin mir nicht ganz sicher. Er verschwindet einfach da hinten im Wald. Alles ist weg, Epic. Ich habe nachgeschaut. Alles ist weg? Ja. Tatsächlich, die Kisten sind leer. Das ganze, ganze Gold, was wir hier verdient haben, wurde vor unserer Nase einfach geklaut. Wir fangen einfach wieder bei Null an. Was ist das denn? Was soll das denn? Alles ist einfach weg. Das ist richtig doll mies und fies. Okay, gute Nacht, Karte. Gute Nacht. Und wir müssen jetzt von vorne beginnen. Wir müssen richtig doll fies Erde wieder abbauen. Und hier ist alles leer. Wir haben kein Gold mehr. Oh nein. Und Katja, ein Goldmännchen ist hier auf unserer Dirt-Seite. Hey, was machst du denn hier? Das ist Lukas, hallo. Was ist denn hier los? Hey, ihr beiden. Ich habe beobachtet, wie euer Geld geklaut wurde. Sowas kann ich nicht mit ansehen. Schaut mal hinter eurem Haus. Dort habe ich Gold versteckt. Damit könnt ihr euch den Schlüssel kaufen und bei mir wohnen. Wirklich? Wow, was ist denn da los? Wow, danke schön. Das ist ja richtig doll lieb. Dankeschön, Lukas. Wie cool ist das denn? Okay, hinter uns im Haus ist Gold versteckt. Moment mal. Danke, danke. Tatsächlich, hier liegt das Gold. Es sind einfach zweimal 64 Stacks Gold. Wir können uns damit tatsächlich den Schlüssel sofort kaufen. What? Und dürfen bei Lukas im Goldhaus wohnen. Wie cool ist das denn? Das ist so cool. Wir werden hier einfach von den Goldmännchen adoptiert. Dankeschön, Lukas. Danke, danke, danke. Moment mal. Dann geht es hier vorne zum Händler. Hallo, Händler. Oh mein Gott, oh mein Gott, kaufe. Tatsächlich, wir haben den Goldschlüssel. Wir können tatsächlich offiziell die Goldseite betreten. Wie cool ist das denn? Oh mein Gott, Epic, ich fühle mich direkt viel Wohlhaben da. Das stimmt, wie nice. Wir haben einfach den super, super doll teuren, ja, Goldschlüssel. Und das hier ist das Haus von Lukas, wo wir mit drin wohnen dürfen. Wie cool. Wie cool. Lukas, danke schön. Ihr dürft hier gerne für immer wohnen. Fühlt euch wie zu Hause. Oh, danke, danke, danke. Das ist sehr lieb. Hallo. Aber noch eine Sache. Erzählt meine Eltern nicht, dass ich euch Gold geschenkt habe. Sie wären sehr böse. Oh. Okay, nein, 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 nein. Das machen wir auf keinen Fall. Nee, 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 nee. Und hier sind wir auf jeden Fall im Wohnzimmer. Und hier ist Tim und Simone, der Vater und auch die Mutter. Hallo, ihr beiden. Hallo. Ihr seid also Epic und Kata. Ja, 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 das sind wir. Ich habe schon gehört, dass euch Gold geklaut wurde. Ja, das war richtig doll, mich so ein Fies. Es wundert mich, dass ihr dennoch genug Gold hattet, um euch den Schlüssel zu kaufen. Ja, 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 wir hatten dennoch genug Gold. Wir haben das ganz alleine alles, ne, beim Händler, ne, gekauft. Ja, sehr gut. Genau. Und ich glaube, hier oben gewohnt Lukas tatsächlich. Hallo, Lukas. Ja, sein Bad. Oh, das Bad ist immer alles größer als unser Haus. Was ist denn da los? Moment mal. Hey, pst. In der Küche haben wir ein XXL-Goldlager. Könnt ihr dort nachts das gesamte Gold klauen und es der Erdseite geben, damit sich jeder ein Goldhaus leisten kann? Oh, wie lieb ist er denn bitte? Das ist super doll lieb, Lukas. Stimmt, das ist eine super, super doll gute Idee. Okay, es ist schon dunkel. Wir müssen auf jeden Fall darauf aufpassen, dass die Eltern für Lukas auf jeden Fall schlafen und uns nicht bemerken, dann können wir tatsächlich das gesamte Gold aus der Küche mitnehmen und hier mir die Erdseite geben, dass sich jeder einzelne auch ein Goldhaus nachher leisten kann. Okay, wir können uns auf jeden Fall hier schon mal nach unten hinschleichen. Es geht hier entlang. Die Eltern dürfen aber nicht geweckt werden. Nein, 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 nein. Moment mal. Die schlafen hier sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, ganz leise. Die Tür wird aufgemacht. Hier können wir uns entlang schleichen. Die beiden schnarchen hier einfach. Okay, und hier irgendwo in der Kiste befindet sich das Goldlager. Ich schau mal hier in den Schränken. Ist hier was? Da! Hier ist das Goldlager. Oh, das ist super, super, super doll viel Gold. Okay, das nehme ich alles, alles, alles mit. Und das können wir jetzt hier auf der Erdseite verteilen. Jedes Haus bekommt zwei Stacks Goldblöcke, damit sich jeder die Schlüssel leisten kann. Du machst hier auch nochmal zwei Stück rein. Ich bin sehr doll gespannt. Am nächsten Morgen wird jedem auffallen, dass sie super doll viel Gold im Briefkasten haben. Das hat sehr doll gut geklappt. Und Kater, es ist morgens. Und schau mal. Ich bin schon unten. Wow, jeder konnte sich ein Goldhaus leisten. Wie cool ist das denn? Unsere gesamte Nachbarschaft hat jetzt hier auch Goldhäuser. Das hat super, super, super doll gut geklappt. Und hier ist noch unser altes Häuschen. Wie cool ist das denn? Wir wurden einfach von der Goldfamilie adoptiert und konnten das ganze Gold, was wir hier haben, an alle verteilen. Und jeder hat jetzt ein sehr, sehr doll wertvolles, sehr goldenes Haus. Das sieht super, super, super doll cool aus. Das stimmt. Das war so nice. So Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt einen Daumen hoch und ein Abo da. Schaut bei der lieben Kater vorbei. Und wir sehen uns wie immer morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.